Geht zur Ruhe, dich, ne? Kannst du dich ein bisschen vorstellen? Ja, gut. Hallo, ich bin der Max. Ich komme aus Graz, Steiermark, Österreich. Seit letztem Sommer wohne ich in Leoben. Steiermark, Österreich. Und früher war ich an der Waldorfschule. Ah ja, religiöse Ansichten, römisch-katholisch. Und Single. Bist du mit mir befreundet sein? Bist du mit mir befreundet sein? Bist du mit mir befreundet sein? Boah, Leute, schaut da das Ranz-Fücher an. Warte, der ist Ranzig. Da ist alles nur so Fleischklubs. Ha, der hat sicher zu viel Spinat gehabt. Lor. Letzte Stunde jetzt noch durchdrucken. Dann Park oder so. Heute Abend fortgehen? Mal. 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 Das war's für heute. Hey, willst du spielen? Das war's für heute.